Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es gerade nicht funktioniert hat. Mein Programm hat mir nichts angezeigt. Ich habe mir jetzt ausgerechnet heute gedacht, meinen Kontroll-PC-Bildschirm brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil jetzt immer alles so reibungslos funktioniert hat mit den Einstellungen. Ich dachte, jetzt haben wir es. Und natürlich funktioniert es dann genau nicht, ohne dass mir irgendwas angezeigt wird. Aber jetzt... geht's... oder? Ich frage mich, warum es vorher ging und dann plötzlich, als ich quasi einfach nur umgeschaltet habe von Dingsdi auf Boomsdi, ging es nicht mehr. Naja, ich habe es gar nicht gemerkt. Hallo Arne und Jonas und alle, die ich vorher im Chat schon begrüßt habe. Willkommen zu Eternal Darkness. Das ist wirklich eins meiner All-Time-Favorite-Spiele. Ein wirklich sehr cooles Spiel von den Silicon Knights. Die sind ja bekannt dafür. Hallo Zora. Dass die Spiele machen, die etwas überambitioniert sind und meistens nicht fertig werden. Aber für Nintendo haben die eben Eternal Darkness und den Remake von Metal Gear Solid gemacht. Twin Snakes. Und das waren zwei sehr coole und sehr gute und wirklich sehr interessante Spiele. Und viele sagen, dass die einfach nur den Druck von einem Publisher gebraucht haben, der die so ein bisschen... in einem Zeitfenster festlegt und den sagt, nein, jetzt verzichten wir auf das Feature konzentriert. Der Kampf macht erst mal das fertig. Und dann machen die gute Spiele. Aber wenn die allein kreative Freiheit haben, dann wird es problematisch. To Human war das letzte von denen. Das war ja ewig in Entwicklung. Und als es dann rauskam, naja, war es jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe von der Wurst. So. Okay. Okay. Da können wir beginnen. Alles funktioniert. Ah, der, der gute alte Gamecube-Controller mit seinen komischen Knöpfen. Da muss ich mich jetzt erst wieder dran gewöhnen. Aber den A-Knopf kann man kaum verfehlen. Das ist das Gute. Los geht's. Achso, Start. Nicht A. Okay. Ich habe ja... Neuer Kater gibt's auch. Ja, das stimmt. Äh. Du auch. Willst du verstehen, Angst zu verstehen. Wie ich habe. Äh. Der neue Kater heißt natürlich, da unsere ersten beiden Katzen Link und Zelda heißen, heißt der neue kleine Kater Ganon. Ganon Dorf. Mit vollem Namen. Aber Ganon reicht. Ihr dürft ihn Ganon nennen. Der hat noch sehr viel Angst und ist sehr, sehr natürlich. Ist eh ganz klar. Sehr verängstigt. Aber der Link ist ein total cooler Kater. Überhaupt nicht aggressiv. Total freundlich und neugierig und vorsichtig. Der ist echt super nett. Der hat dem gerne sehr geholfen, sich einzugewöhnen. Sehr schön. Ich habe hier jetzt in dem Aufnahmezimmer so meinen kleinen Traum erfüllt und alle Konsolen, die ich habe, betriebsbereit angesteckt, aufgebaut. Unter anderem eben auch den Gamecube. Nur Controller raussuchen, anstecken und los geht's. Das ist schon cool. Ich muss da ein Kabel austauschen, weil das nicht funktioniert hat. Aber im Großen und Ganzen funktioniert von Atari bis PS4 und Switch eigentlich alles auf Anhieb. So ziemlich. Naja, zwei, drei Kabel umstecken und fertig. Eternal Darkness ist sehr Cthulhu-esk. Wenn ihr meine Let's Plays gesehen habt oder das Spiel kennt Darkest Dungeon, das hat auch diesen Cthulhu-Charme, diesen Cthulhu-Mythos-Ding. Das ist mehr oder weniger ein Horrorspiel. Ja, es ist ein Horrorspiel, nicht nur mehr oder weniger. Es ist jetzt weniger Resident Evil, oder Silent Hill. Aber es hat eine unglaublich coole Mechanik, nämlich nicht nur der Spieler, sondern vor allem auch die Spielfigur wird wahnsinnig mit der Zeit. Die psychische Gesundheit ist eine eigene Anzeige, genauso wie die körperliche Gesundheit und auch das Mana. Und das Magie-System ist auch sehr interessant. Es hat sehr viele coole Ideen und Mechaniken, die auch sehr gut zusammenpassen. Und falls ihr euch wundert, ich habe erstens das Bild ein bisschen kleiner gemacht, damit das nicht ganz so schlimm aussieht. Ich muss nur kurz gucken. Nein, genau, wir müssen es schon so einstellen. Okay. Und die Cutscenes haben nochmal einen extra Rahmen. Also die sind extra klein, aber wundert euch nicht, dass das ist alles okay. Ja, es ist total Lovecraft. Also gerade, dass es kein Lovecraft-Lizenzspiel ist, wobei Lovecraft keine richtige Lizenz ist. Aber es ist schon auch so die drei alten großen Götter, die auf dem Weg zur Erde sind und sowas. Das ist alles total cool. Was hältst du von Alone in the Dark? Äh, finde ich total cool. Ich mochte die alten Spiele echt gerne und der neueste hatte ein paar coole Ideen, wie die Feuerphysik und die Zerstörungsphysik und so weiter. Nur leider war es insgesamt kein sehr gutes Spiel und auch ziemlich verbuggt. Aber eigentlich ist das eine coole Serie. Wäre schön, wenn es da mal wieder einen guten Teil davon geben würde. Also einer, der auch wirklich fertig wird vor allem. So, Eternal Darkness. Memory Card A. Hoffentlich funktioniert das, ja. Flesh, Bone, bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time, before humanity. I am Dr. Edward Royvis. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Royvis family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for two millennia. Ignorant of so much and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path, and they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter, for she is the last of my line and the last hope for humanity. The last hope for humanity. Und natürlich beginnt es erstmal mit einer Traumsequenz. Spoiler. Die Zerstüttlungsphysik in dem Spiel oder das Zerstüttlungsgameplay ist ein sehr wichtiges Gameplay-Element, das noch wichtig wird. Wie ihr seht, können wir verschiedene Körperteile anvisieren und abschießen oder abschlagen später. Und das wird noch wichtig. Das ist eigentlich echt sehr cool. Genau, ist vom Gameplay her so ein bisschen in der Tradition von Resident Evil auf jeden Fall. Aber ein bisschen anders. Und ähnlich wie Spät später dann auch Dead Space eben diese taktische Zerstüttlung der Gegner. Hallo. Miss Alexandra Roivas? Ähm, ja, wer ist das? Das ist Inspector LeGrasse der Rhode Island-Polize. Ich bin sorry, dass Sie sich verständlich aber es gab ein Accident mit Ihrem Großvater. Ich werde auf der nächsten Flugzeuge Ich bin auf der nächsten Flugzeuge. Und das ist gut. Und das ist 6.9? Ich habe mich auf der 6.5. Ich habe mich auf der 6.5. Hallo. Timelot. Ah, Miss Roivas. Ich bin froh, ich bin froh, zu treffen. Ich bin froh, dass Sie eine sehr schönes Reise haben? Um, ja, ich glaube so, zuerst. Ja, meine Schulden, das ist die größte unbezüglich. Es ist ein schade, dass wir nicht unter schwieriger Umständen. Ja, es ist. Kannst du das übernehmen, bitte? Natürlich, diese Weise. Aber ich muss warnen Sie, es ist nicht eine sehr schönes Sight. Es ist doch nur ein Laken. Ich verstehe, warum du mir das zeigen kannst? Kannst du nicht checken Dental records oder was? Was ist falsch mit dir? Ich bin... Ich bin sorry. Es ist mein Job, Frau. Du bist der einzige Leben, und nein, wir können nicht checken Dental records. Es gibt keine Hände. Nein, nichts davon macht Sinn. Es gibt keine Ahnung von Intrusion, und es gibt sicherlich viel Kraft hier. Ich habe nie gesehen wie so, in meine 20 Jahre auf der Kraft. Wir haben keine Ahnung, außer dem Körper. Und was fehlt, das nicht sagt viel. Wir haben keine Ahnung. Du solltest wissen, wer das gemacht hat. Ich werde nicht verlassen, wenn du es nicht verlassen kannst. Es muss eine Ahnung in dieser alten Mansion zeigen, was passiert. Ich will Antworten. So mache ich. Ich wünsche, dass ich etwas hatte. Ich glaube, dass ich es nicht verlassen muss. Ich versucht mir zu als Kind, dass du mir neu genannt kannst. Ich will eine Schrecke über die Schrecke zu tun. Aber das ist es nicht was. Oh, ich habe das Psycho. In der Mutation von der Mäuse 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 von der Mäuse. Oh, was am Mäuse hat die erste Regel? Hey. Oh, was was ist denn? Ich will doch... Das ist ja... Oh, den 2... Oh. Ich bin... Ja, aber du hast nicht viel verpasst, Timelord. Das ist quasi gerade erst losgegangen. Geschockt durch die mysteriösen Todesumstände ihres Großvaters und durch die Inkompetenz der Polizei schwört Alex, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Sie wird das Anwesen untersuchen, den Ort, an dem Edward seinen Studien nachging. Wenn es eine Verbindung zur Vergangenheit und damit eventuell auch zu seinem Mord gibt, dann wird sie hier zu finden sein. Okay. Jetzt schauen wir uns in der Villa um. Ich weiß noch ungefähr, wo es hingeht. Deswegen können wir uns jetzt viel Exploration am Anfang sparen. Auf der Uhr ist es, das ist wichtig, Viertel nach... Ist es Viertel nach sechs oder halb vier? Ich glaube, es ist Viertel nach sechs. Eine wunderschöne Stilluhr. Ihre Anzeige scheint stehen geblieben zu sein, auch wenn ihr Uhrwerk weiter arbeitet. Sie ist bei drei Uhr dreiunddreißig stehen geblieben. In der Rückseite der Uhr steckt ein Schlüssel, mit dem die Uhr wohl aufgezogen werden kann. Schlüssel nehmen? Nein, den lassen wir... Den brauchen wir nicht mehr. Hallo Akira! Wie geht's? Hast du damals auch The Thing John Carpenter gespielt? Ich wusste nicht, dass es da ein Spiel gibt, ehrlich gesagt. Den Film kenne ich natürlich, aber... Das Spiel zeigt mir gar nichts, ne? Den Kopf hat Kratos vielleicht für seine Sammlung. Vielleicht war der Großvater eine Valküre. Jetzt, schön langsam, kommen wir der Sache auf die Spur. Mal schauen. Es ist dunkel. Das ganze Spiel ist dunkel. Aber ich schau grad im Stream, ist es auch wirklich... Das... Wir machen es ein bisschen heller. Du hast recht. Äh, Alex hebt die Uhr hoch und nimmt den Schlüssel an sich. Irgendwie sieht der Schlüssel merkwürdig aus. So, als scheine er nicht für die Uhr gemacht zu sein. Er ähnelt einem Kommodenschlüssel. Ha, ich wollte gerade einen Witz drüber machen. Von wegen, ja, ist klar, die typische Kommodenschlüsselform. Aber der sieht wirklich aus wie ein Kommodenschlüssel, oder? Von so einer alten Kommode mit so einem goldenen Schloss dran. Tja. So. So. Bla, bla, bla. Wo sind denn hier die Optionen? Bildschirm. Helligkeit. Mehr Helligkeit. Hier auf dem Bild sieht es zu hell aus, ne? Aber dann... Naja, das ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt erstmal hier lang. Später müssen wir, glaube ich, die Villa ein bisschen durchsuchen, weil, das weiß ich nicht mehr so genau. Schleichen wir mal. Nein, es gibt keinen Grund momentan noch nicht. Hahaha. Ich glaube, hier sind wir auch noch falsch. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Wir müssen jetzt einfach mal alles durchsuchen, glaube ich. Im warmen Licht des Kerzenscheins ist der Stammbaum der Familie Roy was zu erkennen. Schatten huschen über die Oberfläche der Darstellung und verschleiern die Details. Schaut man genauer hin, offenbaren sich einem die Familiengeheimnisse. Schade, finde ich, in neuen Spielen, dass es keinen Erzähler mehr gibt. Diese Stimme aus dem Off, diese Texte eben zum Beispiel. Ja, man findet Audiologs und so weiter. Aber dieses Beschreiben von, was sieht der Charakter ab, das hat schon Stimmung früher ausgemacht. Das gibt es leider kaum noch irgendwie. Diese Bücher erzählen die Geschichte der Familie Roy was. Die Genialogie, die Geburts- und Sterbeurkunden sind hier zu finden. Die Räuvers können auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken. Als Einwanderer aus dem Mittelmeerraum wurden die Räuvers zunächst von den anderen Siedlern in Nordamerika gemieden und ausgeschlossen. Man unterstellte den Räuvers Hexenkunst. Und so mussten sie sich während der Hexenverfolgung verborgen halten. Nach und nach verblassen die Schatten der Vergangenheit und die Familie Räuvers baute sich ein neues Leben auf. Hexenkunst. Haben wir es doch gewusst. Man kann doch auch sprinten. Ja, gut. Okay, ich weiß, dass die Uhr wichtig ist. Die bedrohlich wirkende Uhr aus Großvaters Zeiten steht unheilverkündend in der Ecke. Es scheint, als schaue sie fast patriarchalisch in den leeren Raum. Mit links und rechts können die Uhrzeiger bewegt werden. Gut, stellen wir mal auf 3 Uhr 33. Ich habe weder Watch Dogs 1 noch 2 gespielt, Jonas. Das kann ich... Das weiß ich nicht. Ein Geheingang. Wer hätte das gedacht? Ich hatte früher so Angst bei dem Spiel. Unglaublich. Es ist Böses in der Kommode. Wahrscheinlich. Aber in welcher Kommode ist die Frage? Ein Gladius. Ein altertümliche römische Waffe. Ein Gladius ist über dem Kamin-Sims angebracht. Ein weiteres Stück... Bitte? Elektrizistischen Tanz. Tant. Tant. Das Wort habe ich erst vor kurzem gelernt. Ich kannte das nicht. Das ist anscheinend total geläufig für die meisten. Aber dass Tant quasi Krimskrams ist. So Stuff. Wovor habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich bin nur drauf gekommen, weil ich gegoogelt habe, was eigentlich Trinkets and Bobbles heißt. Weil das in Darkest Dungeon öfter gesagt wird. Und ich wusste nicht, wie ich das übersetzen soll. Und dann kam also die Übersetzung Tant. Da muss ich erst mal suchen, was Tant wieder bedeutet. Okay. Wir haben hier den Dome of Darkness. Oder Tome eher, glaube ich. Ein Buch aus Menschenstücken zusammengestückelt. Auf dem unaufgeräumten Schreibtisch liegt ein in Leder gebundenes antikes Buch. Soll Alex im Buch lesen? Nein, lieber nicht. Gehen wir einfach heim. So wichtig ist es nicht. Na gut. Das ist quasi das Necronomicon, genau. Ich hatte keine Ahnung, was zu kommen war. Und ich wüsste mich nicht. Wie hat das Ahnung mich verändert? Es wird auch dich ändern. Als du das lernst, wirst du kommen, um Angst zu lernen, wie ich habe. Du auch wirst du kommen, um zu verstehen. Oder wirst du verraten. Ich bin ein Mensch. Oh, oh, oh. Ich hätte es eigentlich fast cooler gefunden, wenn die echt immer Latein geredet hätten. Leider bis jetzt nicht, Pinker Pete. Komm zu uns, Piresucker. Komm zu uns, Piresucker. Und deswegen sollte man geisterhaften Stimmen in seinem Kopf nicht vertrauen. Die sagen, come to us. Komm her, wir wollen nur mit dir spielen. Hab keine Angst. Ein Schacht führt hinunter zur nächst tieferen Etage. An einer Seite des Schachtes befindet sich eine Leiter. Was mir das wohl sagen will? Ja, ich würde eigentlich gern... Ach so. Eine Leiter führt in das feuchte Herz des Labyrinths. Im Dunkeln lauern Gefahren. Aber Pius behält seinen Mut. Soll Pius die Leiter hinabsteigen? Ja. Teleportierende Römer. Natürlich. Ich schleiche, um die Spannung zu erhöhen. Ein magischer Würfel. Ein dehydrierter Geselle. In der Wüste kann man schon mal sehr stark dehydrieren. Hallo, Lucario. Du hast noch nicht viel verpasst bis jetzt zum Glück. Er ist unarmt. Also Köpfen ist immer eine gute Idee, weil dann verfolgen sie dich nicht mehr. Und Arme abschlagen ist gut, weil dann können sie dir nichts mehr tun. Und wenn man ihnen alles abschlägt, dann sind sie tot. Das sind jetzt so die braunen Standard-Zombies. Die sind nicht schlimm. Die machen nichts. Die sind nett. Die sind schon fast freundlich. Ein seltsamer Granitblock liegt auf dem Boden. Pius hat einen Granitblock aufgehoben. Beides. Das Spiel spielt in ganz vielen verschiedenen Zeiten. Eben vom alten Rom bis in die moderne. Und je nachdem, in welcher Zeit wir uns befinden, ändert sich da auch das Kampfsystem. Hier haben wir zum Beispiel natürlich hauptsächlich unser Gladius. Oder ich glaube mit ihm jetzt in dem Fall nur unser Gladius. Also rein Nahkampf. Später in der Moderne hat man dann eben auch schon mal Maschinengewehr und ähnliches Zeug. Das gibt es nur für den Gamecube. Das ist ein Nintendo-Spiel. Genau. So, noch ein Granitblock. Das sind die billigen Tricks. Die kann ich noch von früher. Einfach Kopf ab, links und rechts. Und dann sind die quasi weg. Dann noch ein paar Finisher-Stöße. Wenn man das nicht weiß, dann sind die vielleicht schon ein bisschen gefährlicher. Noch ein Granitblock. Ein seltsamer Granitblock. Finisher. Okay. Stimmt. Der Wets-Modus der Legion aus New Vegas ist das so ungefähr. Der Wets-Modus von denen ist halt nicht ganz so effektiv. Da bleibt die Zeit nicht stehen. Aber das mit dem Körperteiler anvisieren, das funktioniert schon ganz gut. Das sind die selben Runen, die wir aufgehoben haben. Bis auf eine. Unnötiger Treffer. Lebensanzeige. Jetzt, weil ich das erste Mal getroffen wurde, habe ich überhaupt erst eine Lebensanzeige. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Das Schöne ist auch, wie ihr sehen könnt, hauen die sich auch gegenseitig, wenn man die Köpfe abhaut und die günstig positioniert. Das kann man später ganz gut ausnützen. Da kann man im Grunde so stationäre Prügel-Stationen aus denen machen. So, da ist er. Der letzte Block. Dann setzen wir mal den ersten hier ein. An der Wand ist ein auffälliges Symbol in den Granit gemeißelt. Darunter ist eine Quadratöffnung, welche Kratzspuren aufweist. So als ob etwas mit viel Kraftaufwand entfernt wurde. Kann ich die wieder reinsetzen? Muss ich da irgendwie was machen? Ich kann mich da nicht mehr genau dran erinnern. Ah ja. Benutzen. Ist noch ein bisschen oldschooliger. Nicht so die modernen Spiele, wo man einfach nur Triggerknöpfe drückt und dann passiert alles ganz automatisch. Benutzen wir den blauen. So, lass mich raten. Wahrscheinlich gehört hier der Lilane rein. Oh nein, ich habe mich verklickt. Ah, verdammt. Ach puh, Gott sei Dank. War richtig. Hö, 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 hö. So, und jetzt. Den letzten noch. Gut, ich will hier trotzdem mal kurz noch eine Runde drehen. Wobei ich nicht glaube, dass wir hier irgendwas finden. Im Grunde ist Paios so ein bisschen der Tutorial-Charakter. Der wird noch sehr wichtig. Der taucht noch sehr oft auf. Aber für uns ist er jetzt erstmal der Tutorial-Charakter. Paios, beweise, dass du würdig bist, indem du die Statue zerstörst. Ja, ja. Jetzt lernen wir quasi das Kampfsystem, das ich gerade schon benutzt habe. Was für eine göttliche Prüfung. Mach die Statue kaputt. Ob es auch funktioniert hätte, wenn er sie einfach umgestoßen hätte. Auch für die Zeit was Besonderes war. Da kann ich mich daran erinnern, dass die Schläge in engen Gängen an Wänden abprallen. Also wenn man in engen Gängen ist, dann sollte man immer über Kopf von oben nach unten schwingen, zum Beispiel. Das kannte ich so, glaube ich, vorher auch noch nicht unbedingt. Gab es hundertprozentig schon in anderen Spielen. Da bin ich mir ganz sicher. Aber trotzdem war es für mich schon was Besonderes. Ich kann mich auch erinnern, dass das auch in den Reviews hervorgehoben wurde. Also das war wohl auch insgesamt noch eher was Seltenes. Der Raum wird durch einen Schalter in schwaches Licht getaucht. Eine Markierung, äh, eine merkwürdige Energie scheint von ihm auszugehen. Schalter drücken? Ja. Ich weiß zwar nicht, warum der weiß, dass das ein Schalter ist. Ich würde das nicht als Schalter identifizieren. Aber ich bin auch kein antiker Römer. Vielleicht sehen bei denen Schalter anders aus. Ist vielleicht ein kulturelles Ding. So. Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Das Schöne ist, wenn man das zum ersten Mal spielt, hat man keine Ahnung, für was man sich hier entscheidet. Und ich werde es auch nicht spoilen. Aber ich entscheide mich mal für das hier. Weil das gibt die, das, das interessanteste Spiel, finde ich. Das ist natürlich auch das schwerste, aber auch das interessanteste. Eine seltsame Skulptur eines Wurms mit roten Riesenscheren schwebt geheimnisvoll über dem Sockel. Soll Pius das Artefakt an sich nehmen? Ja. Ja. Ah! Die Eons haben sich sehr schnell verwandelt und ich habe sehr viel gelernt. Chaturga's power filled me, invigorating my dead body. With a touch, I could level buildings, rend the ground asunder, and channel power such as mortal men could only dream. Face me, and you shall surely perish. The Tome of Darkness, of Eternal Darkness. Okay, das hätten wir. Was haben wir denn hier? Seltsam. Elex hält das Tome of Eternal Darkness in Händen und nun ist es ihr möglich, die Schrift zu entziffern. Das Papier ist eine Kapitelseite aus dem Tome. Die Kapitelseite nehmen. Ja. Elex hat die Kapitelseite mit dem Titel Die Unterwerfung des Totengottes gefunden. Und das ist hier in dieser Villa im Grunde lange Zeit jetzt der Gameplay-Loop, den Elexa hier durchführen muss. Die Villa erkunden, die Rätsel der Villa lösen und die einzelnen Kapitel finden. Ja genau, Pius digitiert so. Das blöde ist nur, er kann sich nicht zurückdigitieren. Ich glaube, Pius ist eher ein Pokémon, der evolved, weil da gibt es keinen Weg zurück mehr. Okay. Benutzen wir das mal. Okay. Okay. Und da gibt es keinen Weg. Seit dem Zeitpunkt erinnert, haben die alten Menschen ihre Lacken der Wissen als Gäste und Dämonen gekämpft. Ich habe herausgefunden, dass manchmal die Gäste der Gäste und Mörder entzündet werden. Gedankenspiegel, die, äh, reden am Anfang auch in Latein, aber dann wird's auf einmal Englisch, weil die Alexa auf mysteriöse Art und Weise lesen kann, was da steht. Und deswegen. Haha. Und Pinker Pete, ja genau. Ja genau. Das ist das Gehirn… Das Versuch, hast du nicht aufgenommen. Ich will das Gehirn cleft, was dich nicht aufgenommen. Und das Gehirn schiefst. Du hast noch nicht über die Welt�행 gewonnen. Das Gehirn ist etwas anderes, was du nicht aufgenommen hast, was du nicht aufgenommen hast. Du hast gesehen, das ist die Letras der Welt gesehen. Das Gehirn wird mehr wissen. Das Gehirn wird auf. U'llướ Ав twelve, das ist es ist das Gehirn. Ach du nicht. Du hast gesehen, das Gehirn werden dürfen. Ich bin das letzte von diesem Welt. Oh, oh, oh. Ich wünsche nur, dass etwas so fantastisches und höherer Ziel zu mir passieren könnte. Und unser Freund Pius mag den scheinbar nicht besonders gerne. Und dann haben wir hier eben Rot, Blau und Grün. Die drei großen Magie-Elemente, die noch wichtig werden im Spiel. Ich kann mal kurz in unserem Thome of Darkness gucken. Haben wir da schon Magie? Nein. Haben wir noch nicht. Ja, das war keine Absicht. Ich will wieder weg hier. So, blöderweise haben die Entwickler meiner Meinung nach das nervigste Level jetzt gleich an den Anfang gepackt. Aber gut. Was ist denn das für eine Frage? Cool, Ruby Commander. Das freut mich. Ich, 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 ich. Das freut mich echt. Finde ich cool. Ähm, die Kette kann benutzt werden, um Elia zu heilen. Während der Spruch der Heilung gesprochen wird, darf Elia sich nicht bewegen. Wo haben wir denn bitte, wo hat sich denn gerade eine Tür geöffnet? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Hier. Okay. Tja, die kommen uns doch schon bekannt vor. Kann man denn im Spiel eigentlich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ne, kann man nicht. So Vasen und sowas kaputt machen, war meine Frage. Okay, drei Kerzen, die brennt bei der untergegangenen Sonne. Das sieht doch richtig aus. Die Illustration an der Wand zeigt eine Tageszeit an. Ob das auch für die Kerzen gilt? Bestimmt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und hier haben wir jetzt natürlich Fallen, über Fallen, über Fallen und dann noch ein paar Fallen. Ich werde versuchen, die möglichst nicht auszulösen. Nein, ich habe sie ausgelöst. Wenn die Kreatur den Charakter bemerkt, verliert dieser langsam sein Verstand. Die Flüssigkeit in der Anzeige des Verstandes nimmt langsam ab und der Charakter pulsiert in grünem Licht. Vorsicht! Das kann zu Nebenwirkungen und dem Verlust der Gesundheit führen. Verstandanzeige. Ja, ich verstehe schon. Wir werden wahnsinnig. Danke für die Info. Noch eine Halskette. Eine bronzene Halskette liegt auf der antiken Urne aus Ton. Nehmen wir mit. So, hier sehen wir die grünen Gegner. Die grünen Gegner haben Phantomgliedmaßen, weil sie sehr magische Wesen sind. Oder eher Wesen des Verstandes eigentlich. Die können nicht wirklich geköpft oder anarmt werden. Leider. Deswegen, ja. Wie stehe ich zu Fortnite? Ich habe das mal kurz gespielt. Und habe mir nicht viel gegeben. Ist nicht mein Spiel. Ich glaube, ich kann verstehen, warum das Spaß macht. Vielen. Aber für mich ist es wirklich nichts. So, die Illustration an der Wand zeigt die Tageszeit. Ob das auch für die Kerzen zutrifft. Ähm. Machen wir mal hier aus. Sleip Niavi. Danke fürs Follauen. Freut mich sehr. Schön, dass du da bist. So, die Tür hat sich ein kleines Stück geöffnet. Ich möchte behaupten genug, dass sie sich durchquetschen könnte. Aber natürlich, es wäre viel zu leicht. Deswegen gehen wir mal wieder zurück. Vorsichtig. Fallen und so. Ah. Ah, das ist gemein hier. Ah, okay. Alles gut. Soweit. Oh, oh. Ruby Commander. Vielen Dank fürs Follauen. Na, komm her. Den Arm nehmen wir auch noch. So, die Finisher sind auch eine relativ wichtige Spielmechanik. Weil die stellen psychische Gesundheit wieder her. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Sollte, wenn man mit seinem Schwert irgendwie so Zombies in der Mitte zerteilt. Das nicht irgendwie ein bisschen den Verstand eher beunruhigen. Nein. Nein, anscheinend nicht. Nicht, wenn man eine coole, auserwählte, äh, Superkillerin ist. Jetzt legen wir mal die bronzene Halskette, die wir gefunden haben. Die, mit der wir nicht heilen können. Äh, an die Statue. Das ist auch ein echter Klassiker. Da der Gamecube nicht die erfolgreichste Konsole von Nintendo war, hat sich okay verkauft, aber nicht sehr gut. Äh, sind da viele so Klassiker wie der echt leider untergegangen. Aber es ist eigentlich wirklich ein sehr gutes Spiel. Und ich bin echt noch überrascht. Das Spiel ist doch schon von 2001, 2002 sowas, dass das immer noch sehr gut sich spielen lässt. Ich meine, natürlich die Optik und so, ne. Da kann man nix machen, die Auflösung. Aber ansonsten, die Illustration an der Wand zeigt eine Tageszeit. Bla, 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 bla. Wie oft denn noch? Kennen wir schon. Die Stimmung und die, 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 ja, Inszenierung funktioniert immer noch sehr gut. Ich find's auch schön, wie sparsam die mit Musik umgehen. Das ist ja auch ein Stilmittel, das leider viel zu selten benutzt wird. Das, das wäre eine Erklärung. Das stimmt, Piet. So, das sind die magischen Gegner. Die können sich regenerieren, wenn man die nicht schnell genug finisht. Okay, ich verstehe, wie's funktioniert. Und die Tür ist offen. Meine Tür ist offen, ich bitt euch herein, dass es mir gehört, soll auch euer sein. Kennt ihr die Muppets Weihnachtsgeschichte? Nein, okay, ist cool. Nichts passiert. Moment, sind wir hier wirklich richtig? Irgendwie hab ich was übersehen in dem Gang? Gibt's da Seitengänge, in die ich vielleicht rein muss? Bin mir grad nicht sicher. Nee, da ist kein Seitengang. Bin ich dann die falsche, hab ich die falsche Abzweigung genommen? Ja, die falsche Abzweigung. Okay, dann schauen wir nochmal. Das ist manchmal mit den feststehenden Kamerawinkeln immer ein bisschen verwirrend. Da muss ich lang. Dann ziehen die Türen auch noch gleich aus. So, Vorsicht. Nicht auf die Fallen treten. Wobei die gleich aufstehen wahrscheinlich. Und dann können die von den Fallen zerhackt werden. Das ist natürlich dann schon cool. Oh, da war doch grad noch die Frage von wegen Fernkampf oder Nahkampf. Sie hat jetzt schon ihre erste Fernkampfwaffe. Und zwar... Das Blasrohr, das Blasrohr, das auf diesem Sockel liegt, muss eine besondere Bedeutung haben, da es sofort ins Auge fällt. Blasrohr nehmen? Ja. Das Blasrohr. Der. Natürlich zerbricht unsere Nahkampfwaffe passenderweise. Ich mag Pokémon total, ja. Ich freue mich auch wirklich schon auf den neuen Teil. Also sowohl auf den, der dieses Jahr kommt, aber vor allem auch auf den, der nächstes Jahr kommt. Ah, meine gute Psyche. So, mit dem Blasrohr können wir die vergiften. Was ganz praktisch ist. Und gegen die Wand hauen können wir auch ganz gut. Viel Schaden macht's halt natürlich nicht grad. So, das sind die roten Monster. Die halten besonders viel aus. Das sind einfach nur die, die super starken Versionen von den, ähm, äh, die Grauen im Grunde. Bruchstücke eines zerbrochenen Kurzschwerts liegen auf dem Boden. Dann nehmen wir die mal mit. Weil da wir den Kerl da hinten gerettet haben... Der Hüter ist Elia dankbar, dass sie sein Leben gerettet hat. Als Zeigen seiner Dankbarkeit bietet er ihr an, das zerbrochene Schwert zu reparieren. Soll Elia's Schwert repariert werden? Nö, ich komm klar. Danke. Mach dir keine Umstände. Das Item wurde repariert. Schön auch die Details, dass der jetzt grad die lila Magie gesprochen hat. Die Magie von Mentorock, dem Hüter der Menschheit. Ah, die Falle ist gemein. Gab keinen anderen Weg. Aber warte mal, ich glaub, ich nehm lieber wieder das Schwert in die Hand. So, ich hoffe, wir werden im Verlauf des Spiels jetzt einige der echt coolen Psycho-Effekte sehen. Einige der coolen... Unser Charakter verliert den Verstand-Effekte. Die sind sehr cool. Ich will es nicht drauf ankommen lassen, weil es ist ja auch ein bisschen schwierig. Aber es gibt so viele so kreative und coole Ideen, die die da eingebaut haben, was der Charakter alles an Horrorvisionen und an psychischen Zuständen haben kann. Und das geht dann auch so weit, dass sich das auf den Spieler auswirkt. Oder auf das, was dem Spieler angezeigt wird. Also im Spiel, außerhalb von dem, was der Charakter wahrnimmt. Das seht ihr, wenn es so weit ist. Was haben wir jetzt hier aktiviert? Oh, ich seh die Dinger hier gar nicht. Oh, na geil. Ah, Pfeile und Klingen. Das ist ja super. Einfach durchlaufen. Blöde antike Fallen immer. Ah gut, und hier wird gleich was Neues gezeigt. Guckt, die verschiedenfarbigen Zombies mögen sich nicht. Oh, oh, der Blaue explodiert gleich. Das können die nämlich. Suicide Attack. Die stehen manchmal so ein bisschen da wie Mr. Burns. Find ich lustig. So, ihr seht schon. Jetzt haben wir die Psychoväte regeneriert. Aber vielleicht ist es euch aufgefallen. Die Kamera ist ein bisschen shaky. Die Geräuschkulisse wird ein bisschen anders. Wir sind nicht mehr so hundertprozentig Herr unserer Sinne. Mantarock. Stop. Don't go near it. So, you are reduced to feeding on flesh and bone, Mantarock. How the mighty have fallen. You will surely fester for millennia to come. A slow and torturous fate for thee. You had best leave, young fool. Or you will find yourself as food for the dead god. You are one of the chosen many, flesh and blood. It is now your destiny to fight the eternal darkness. I give you a gift in return for an obligation. The gift is your life, sweet dancer. The obligation is this. You hold one of Mantarocks hearts. The essence of a corpse guard. The summit is a source of great power. From those people, you must defend it. Unless they use it to destroy and with little brightness. Your world has left in it. Guard it well. Und jetzt hat sie zwei Herzen und ist ein Timelord. Bestimmt's Timelord-Transformer. Da hinten kriegen wir jetzt, glaube ich, unser Schiff. Unsere TARDIS. Die heißt natürlich anders. Die Kammer wird von einer übergroßen Tür versiegelt. In den Stein ist das stilisierte Abbild der Kreatur, die sich in dieser Kammer befindet, eingemeißelt. Na gut, aber rein können wir nicht. Die Statue einer menschlichen Frau ist Zeugin der Monstrosität. die sie diesen Raum füllt. Sie ist aus porösem Stein gebaut, der im Laufe unzähliger Jahre mit dem abscheulichen Absonderungen Mantarocks überzogen wurde. Ja, das konnte man grafisch noch nicht so schön darstellen damals. Ganz ruhig, sie hat keine Ausdauer mehr. Atmen, atmen. Die Statue hält einen Metallstab in Händen. Metallstab nehmen. Aber wo gehen wir jetzt hin mit dem Metallstab? Brauchen wir den da hinten bei der Tür vielleicht? Aber dann hätte doch der Text irgendwie ein besonderes Loch oder irgendwas beschrieben, oder? Aber ich werde es mal versuchen. Metallstab benutzen. Könne ich momentan nicht benutzen. Na dann. Dann nochmal zurück. Die Charaktere haben natürlich auch unterschiedlich Ausdauer. Die wird nicht angezeigt, aber man hört, wie sie atmen und irgendwann kann man nicht mehr laufen. Und erst wenn die zu atmen und aufhören, kann man wieder laufen. Na, mehr Zombies. Die halten so viel aus. Guckt euch das an. Aber man kriegt auch die... Die... Ah, die regenerieren auch ihre Köpfe. Das wusste ich gar nicht mehr. Äh, man... Man... Äh, was wollte ich sagen? Achso, genau. Man verliert zwar seine Psyche ziemlich schnell, aber fürs Finischen kriegt man auch wieder sehr viel dazu. Später lernen wir dann auch Magie. Das haben wir jetzt leider noch nicht. Das Magie-System in dem Spiel ist ziemlich cool und relativ komplex auch. Äh, da kann man viel cooles Zeug machen. Das wird noch crazy. Au. Ich glaube, da kommt ein Zombie auf uns zu. Ich warte einfach, bis er in die Falle geht. Cool. Hat funktioniert. Au. Nein. Nein. Todes Kombo. Wombo Kombo. Oh Mann, ey. Ich glaube, wir sollten mal dieses Heilungsmedaillon benutzen. Später können wir dann eben solche Magie selber sprechen. Aber jetzt noch nicht. Da finden wir dann die Runen und dann können wir selber anfangen, so was Lustiges zu machen. Bauen wir uns unsere eigenen Magie-Sprüche. Ist wirklich cool. Da kann man sich dann auch... Also, das ist wirklich komplex genug, dass man auch Sprüche bauen kann, die überhaupt keinen Sinn machen. Wie zum Beispiel Mana heilen. Weil dann verbraucht man Mana und heilt in der gleichen Menge Mama Mana. Aber man kann es machen. Das erlaubt einem das System halt einfach vom Prinzip her. Oh nein, Hilfe. Weg. Ha. Au. Mich erinnern die einfach irgendwie an Mr. Burns, die Dinger. Ich weiß nicht genau. Wir werden schon langsam ein bisschen verrückt, aber das sind noch die harmlosen Halluzinationen. Die werden wir öfter im Spiel haben. Die tun nichts. Die sind gut. Die sind gesund. Ja, ich glaube, die Harry Potter Zauber gehen nicht ganz, befürchte ich. So diese supermächtigen Todesstoß-Zauber, die kriegen wir leider wieder nicht. Ah. Muss ich da rein? Die Kamera ist so auffällig. Muss ich überhaupt hier zurück? Ich bin mir nicht mal sicher. Der Hüter des Tempels besinnt sich wieder auf seine Aufgabe. Anscheinend hat er die Bekanntschaft mit dem Tod wirklich ohne Schaden überstanden. Äh. Schauen wir hier mal. Stab. Nein. Schade. Vielleicht sollte ich den Stab mal prüfen. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, was hier zu tun ist. Sieht aus wie ein Hebel. Ah, doch. Jetzt weiß ich wieder, was zu tun ist. Ich bin nur doof. Wir sind, glaube ich, einen Schritt zu weit gegangen. Wir sind zu weit gegangen. Ich glaube, hier drin ist die Hebelmündung. Genau. Hier haben wir die. Bla, bla, bla. Stein, Loch. Vielleicht passt ein Hebel rein. Es gibt Zombie-Abwehrzauber. Sogar ziemlich viel. Und später braucht man die auch, wenn die Dicken kommen. Da gibt es verschiedene Versionen. Es gibt eher die Offensiven, die dann so Projektile beschwören. Aber man kann auch Schutzschilder um sich herum bauen. Areale, die die nicht durchdringen können. Zumindest, wenn man die richtige Farbe wählt. Die richtige Magieart. Und so weiter. Oh, das tut weh. Pff, pff. Autsch. Ja, wie gesagt. Ich finde echt, die haben so ziemlich das nervigste Kapitel mit den ganzen Fallen hier ganz an den Anfang gelegt. Verstehe nicht, warum. Die hätten so viele andere coole Kapitel hier hinlegen können erstmal. Aber hey. Whatever. Na komm, eine Runde Heilung bitte noch. Du bist unsere Zettel. Vorsicht. Vorsicht. So, noch einen Fallenraum wieder. Oder nein, wir sind schon bei Mentorock. Okay, dann können wir jetzt schon die Hintertür nehmen. Cool. 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 Mentorock ist kein sehr Cthulhu-esker Name. Der müsste eher sowas wie Mantokkosrock heißen. Das wär besser. Fool. You should have run. Instead, you will die. Where is the essence of Mantorock? Where is it? I will not ask again, child. Very well, then. You will set count to the Horrors of Oblivion. Das stimmt, Ruby Commander. An den muss ich auch immer denken. An den Sandwurm. Aus Star Wars. Vielleicht sind die verwandt. Kann ja sein. Vielleicht hat jeder Planet so seinen eigenen Mentorock. Und der Tatooine hat eben auch einen in der Wüste. Oh oh. Ein Rätsel. Etwas, das wir gerade gelernt haben. Ein seltsames Bild über der Wand. Ein schmaler Schrein aus Kerzen. Die Anordnung der Kerzen scheint einem bestimmten Zweck zu dienen. Da sie mit einem Kupferstrich auf dem Tisch und der Illustration an der Wand übereinstimmen. Oder so ähnlich. Okay. Löschen wir das und das. Dann ist es wieder oben bei dem Bild, das man gerade noch so sehen kann. Und wir finden einen Folianten oder sowas. Die Reihenfolge, in der die Kerzen entzündet wurden, war der Schlüssel zu einem Geheimfach. Geheimfach, das sich geöffnet hat. In ihm befindet sich eine Nachrichtenrolle. Eine antike, in Leder gebundene Nachrichtenrolle. Eine, in der früher versiegelte Nachrichten transportiert wurden. Sie scheint verschlossen zu sein. Irgendwas ist im Inneren verborgen. Öffnen. Ein neues Kapitel. Der Verschwörung verdächtigt. Äh. Das wird noch schwieriger und komplexer. Nur das ist Wiss. Die ersten paar Kapitel kriegt man quasi geschenkt. Deine Presence ist lange verloren, mein Liege. Ich fühle, dass meine Macht sich wechselt, von deiner Absintheit. Ja. Deine Macht fliegt für mich. Danke, Stuhl, Andy, fürs Folgen. Ich freu mich. Du bist nichts. Meine Meditationen zeigen einen Fluss in unserem Plan. Der ist kein Fluss. Mantarok und die Erde, die sich zu schnell verabschieden, um unsere Präparationen zu verabschieden. Als Mantarok ist, seine Todesmögen wird für 1,000 Jahre verabschieden. Die Todesmögen wird sich verabschieden, dass die Kraft der Angelegenheit über die Gegend verabschieden werden. Die Angelegenheit wird in unsere Wunschung. Und mit dem Keeper verabschieden, Mein Macht wird noch stärker sein. Und was ist der Grund? Mandarok hat die anderen gebeten. Es ist kein Problem. Der Macht, den ich auf meine Rückkehr, wird mich verletzt und verletzt. In Atlus. Was ist dieser Charlemagne, der Frank? Ist er noch ein Absatz? Seine Erfüllung wurde in inträglichem Detail geplant. Die, die ihn am liebsten, werden instrumental in seinem Tod sein. Niemand außerhalb eines Miracles wird ihn leben. Und er hat sich noch einen dieser, seit langem. Der rote Gott dahinter, der so Scheren hat, so ähnlich wie das Symbol, das man aufgehoben hat. Ganz am Anfang wählt man im Grunde seinen Antagonisten. Und es gibt drei verschiedene große Gottheiten. Und das Spiel wird auch wirklich anders dadurch. Hauptsächlich die Gegner und die Strategien, aber auch die Reihenfolge, in der man die ganzen Symbole findet. Und so weiter. Und im Grunde muss man das Spiel auch dreimal durchspielen, damit man das True Ending kriegt. Habe ich natürlich früher gemacht. Nicht nur dreimal, öfter sogar. Aber wir werden es jetzt, glaube ich, nur einmal durchspielen. Insgesamt, hier. Aber mal schauen. Äh... Alex hat die Seite mit den Nachrichten... äh, mit dem Kapitel an sich genommen. Und die Nachrichtenrolle beiseite gelegt. Okay. Wir können eigentlich mal das Gladius equippen. Vorsichtshalber. Man weiß ja nie, ob wir das nicht noch brauchen können. Der Verschwörung verdächtigt. Von meiner Forschung. Es ist offenbar, dass die Enteversen der Menschheit sind nur Puppetrie in den Händen der Angelegenheiten. Wenn ein König verabschiedet wird, die Angelegenheiten schnell verabschieden es. Unter den Auspielen des Emperor Charlemagne Frankreich, der neue Holy Roman Empire war in der Höhe der Macht. Der Vorsicht in seinem Schatz. Der Herr Schatz. Der Herr Schatz. Der Herr Schatz. Der Herr Schatz. Nur auf einmal. Was ist das? Ein Schmerz? Ich bin bewuscht. War anscheinend kein so Bilderzauber. Nachdem Anthony sein Anliegen vorgetragen hat, erfährt er von dem Mönchen, dass Karl der Große sich in einer Audienz mit dem Bischof in dessen Besuchszimmer befindet. Jetzt müssen wir nur noch sein Besuchszimmer finden. Ist das das Besuchszimmer? Aus dem bischöflichen Besucherzimmer dringen gedämpfte Stimmen. Die Tür ist verschlossen und Anthony benötigt den bischöflichen Schlüssel, um einzutreten und Karl den Großen, um eine Audienz bitten zu können. Bischöflicher Schlüssel. Schauen wir mal, ob der irgendwo da oben ist. Oh oh. So, hier sehen wir die zerstörte Statue von Pius Augustus, der sich selbst zerschmettert hat, wie wir uns erinnern. Ups, und ich habe versehentlich dagegen. Und Elia. Eingebettet in etwas, das Ähnlichkeit mit einer Lederhautartigen Hand hat, liegt ein geheimnisvolles Buch, gebunden in Menschenhaut und aufwendig mit geschrumpften Knochen dekoriert. Es scheint zu rufen und nach einem Besitzer zu verlangen. Soll Anthony das Dome of Darkness an sich nehmen? Natürlich. Aber es ist anscheinend, dem geht's gut. So schlimm war es nicht. Im Regal steht eine blaue Urne. Die nehmen wir natürlich mit. Die kann man später vielleicht noch teuer verscherbeln oder so. Ich weiß nicht, was für einen Grund er sonst hätte, dass er das jetzt schon mitnimmt. Sprachlos über die Unaufmerksamkeit Anthonys bittet ihn der Mönch, ihn allein zu lassen. Verzahung. Eine bemerkenswerte Anzahl von Büchern und dicken Wälzern ist peinlich genau in dem Regal eingeordnet. Die Bücher in der Hauptzahl religiöser Natur stehen in einer Staubschicht. Nein, doch stehen in einer Staubschicht. So als hätte noch niemand die Hand nach ihnen ausgestreckt. Aber ich brauche eigentlich den Schlüssel. Ich glaube, hier oben finden wir den Schlüssel nicht. Andererseits ist hier oben doch die Vision ausgelöst worden, oder? Ha! Warte mal, ich habe eine Idee. Untersuchen wir das mal. Ah, eine glänzende Urne mit einer koboldblauen Glasur. Strahlt einen überirdischen Aura ab. Eine überirdische Aura ab. Ich kann schon wieder nicht mehr lesen. Auf einer Seite befindet sich ein sonderbares Zeichen. Als Anthony die Urne umdreht, gleitet sie ihm aus den Händen. Ich wollte gerade sagen, warum sollte er die kaputt machen? Dafür hat er überhaupt keinen Grund. Aber sie gleitet ihm zufällig aus den Händen und fällt auf den Boden und zerbricht in viele, viele Teile. Anthony hat eine zerbrochene blaue Urne aufgehoben. Und Anthony hat eine magische Rune gefunden. Runen sind der Schlüssel zum Erstellen von Zaubersprüchen. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ich weiß das schon noch. Das kriegen wir schon noch hin. Bis jetzt können wir halt nichts machen. Weil wir haben nur eine Rune und sonst gar nichts. Da passiert nicht viel. Das... Ah, er geht weg. Ja, genau. Anthony will gerade nach dem Medaillon greifen, als ihn der Mönch darauf aufmerksam macht, dass es sich hier um ein besonderes Artefakt handelt, das nicht berührt werden soll. Schade. Dürfen wir noch nicht nehmen. Dann gehe ich doch noch mal runter jetzt, oder? Ja. Ein Sarg aus naturbelassenem Holz. Er ist nicht richtig verschlossen und kann leicht geöffnet werden. Soll Anthony den Sarg öffnen? Das ist zwar ein bisschen seltsam, aber natürlich irgendwie, oder? Oh mein Gott, was ist da? Was ist passiert? Das ist das Geil. Wir sollten hier rauskommen. Anthony hat ein Skama Sachs erhalten. Tja, und alle gehen. Nur er nicht. Er bleibt ganz alleine hier. Natürlich. Warum auch nicht. Lasset uns beten. Oder auch nicht. Lasset uns finden des Bischofsschlüssel, auf das wir betreten können, das Besprechungszimmer. Denn klopfen an die Türen sollen wir nicht, so steht es geschrieben. Auf das uns niemand öffnet, von innen vielleicht. Der Fluch von Amtang. Ihr erinnert euch. Er ist ein bisschen bleich geworden um die Nase, aber sonst geht es ihm eigentlich noch ganz gut, glaube ich. Ein geheimnisvolles altes Medaillon liegt auf dem Tisch. Der Machtzirkel. So, jetzt haben wir einen Drei-Punkt-Zirkel. Das ist die Basis für magische Sprüche. Wenn wir jetzt auf neuer Spruch gehen... Nein, können wir noch nicht, weil wir haben noch nicht genug Komponenten. Wir brauchen noch mehr Runen. Jetzt schauen wir uns hier nochmal um. Federn und Becher. Zwischen all den Büchern und Manuskripten verlangt einem Buch besondere Aufmerksamkeit. Es steht vom Staub unberührt im Regal, so als gehöre es eigentlich gar nicht dorthin. Buch nehmen. Geheingang aktiviert. Hallo. Hallo Person. Schnell, finish him. Der hat einen stylischen Finisher. Magische Rune. Werden wir bestimmt noch öfter sehen. Anthony hat Style. Heißt er Anthony? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Fliegen bleiben. Ich finde es gut wie die anderen so bist du da stehen und gucken. Ich rette dich. Einsamer Mönch. Ja. Ja. Feuer ist anscheinend sehr gut gegen die. Nehmen wir auch mal mit. Dankbar noch am Leben zu sein, berichtet der Mönch von den Geschehnissen. Er war gerade dabei, eine geweihte Urne in grün geschrieben, vom Taufbecken zu transportieren, als er sich dem Bischof gegenüber sah. Dieser schwang ein großes Schwert und in seinen Augen loderte ein wildes Feuer. Starr vor Angst ließ der Mönch die Urne fallen und rannte weg. Als er später zurückkam, um die Urne zu holen, fand er stattdessen nur das Schwert des Bischofs vor. Dankbar für die Rettung von Anthony und so weiter, überreicht der Mönch Anthony das Schwert des Bischofs. Ein zweischneidiges Schwert. Nicht nur ein zweischneidiges, auch ein zweihändiges, so wie es aussieht, oder? Das hätten wir nicht bekommen, hätten wir den nicht gerettet. Das heißt, es muss awesome sein. Nee, es ist nicht zweihändig. Aber schön. Ein hübsches Schwert. Dunkler, man kann Licht... Ja, okay, okay. Hier brauchen wir aber trotzdem die Fackel. Leider kann man nicht beides machen. Die Teile der zerbrochenen grünen Urne erhalten. Da liegt noch ein Teil. Ja, ja, genau. Jetzt wird mir erklärt, dass ich Sachen kombinieren kann. Zwei Drittel der zerbrochenen Urne... 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 Aber irgendwo... Ah, hier. Kombinieren wir das auch noch. Was hast du noch mitbekommen, Official Jones? Okay, die Urne ist komplett. Also zumindest die Scherben. Äh, eine aus Steinen gemeißelte Tafel liegt auf dem Boden. Magischer Kodex erhalten. Das ist jetzt im Grunde ein Rezept für einen Zauberspruch. Man kann auch rumexperimentieren und selber auf Zaubersprüche stoßen, aber man findet eben auch diese Kodex-Dinger. Aber im Endeffekt haben wir jetzt gerade eigentlich gar nicht so viele Kombinationsmöglichkeiten. Deswegen nehmen wir jetzt mal den hier, den hier und den hier. Und? Nichts passiert. Hm, okay. Dann halt nicht. Wo ist er denn? Der Fluch wird schlimmer. Wie unnötig kompliziert die Karl den Großen töten wollten, oder? So, jetzt wartet mal. Jetzt ist aber Schwertzeit. Zweischneidige Schwertzeit. Ups. Na komm. Halbieren! Yeah! So, hier haben wir noch ein rotes Gefäß. Und hier finden wir noch eine Rune. Also eine Tafel, ein Kodex. Wenn wir jetzt mal ins Zaubermenü gehen. Na ja, aber wir haben immer noch nicht. Ah doch, jetzt haben wir was. Und zwar, jetzt passt auf. Wir haben jetzt nämlich ein paar Runen durch die magischen Kodex-Seiten identifiziert. Wir haben jetzt hier Xellotath. Das ist einer der Götter. Die Rune kennen wir noch nicht. Die hier bedeutet Item. Also wir wirken die Macht von Xellotath auf ein Item. Und jetzt benutzen wir das. Das kennen wir noch nicht. Wir haben aber einen Spruch entdeckt. Und den können wir jetzt auch sprechen. Spruch 1. Wir wissen nicht, was er tut. Und wir sprechen den auf die grüne Urne. Und die grüne Urne ist repariert. Wir haben einen Reparaturspruch. Magische Energie. Bla bla bla. Mana wird verbraucht. Ich verstehe schon. Ups. Das wollte ich nicht. Und jetzt sprechen wir den natürlich auch noch. Auf die blaue Urne. Repariert. Was passiert denn, wenn wir den Spruch auf unser Schwert sprechen? Ich meine, das ist repariert. Aber vielleicht wird es noch reparierterer. Äh, hm. Enter by Hagamon. Selaton. Ah, das Item ist jetzt magisch. Genau, habe ich mich doch recht erinnert. Wir machen jetzt grünen Bonusschaden mit unserem Schwert. Eine schreckliche Darstellung eines abscheulichen Teufels. Das Bildnis ist so gewunden und geformt, dass es wie der Brunnen einer Quelle aussieht. Um was für eine widerliche Flüssigkeit, die aus einer von Schaum gekrusteten Öffnung in dem Becken tröpfelt, handelt, es wohl sich handelt? Füllen wir mal unsere Gefäße mit der Flüssigkeit. Die Urne wird unter die nach Fäulnis riechende Quelle gehalten und bis zum Rand mit stinkender, fauliger Flüssigkeit gefüllt. Sie ist nun schwerer als zuvor und voller Gestank. Cool. Jetzt haben wir eine stinkende blaue Urne. Machen wir das mit der grünen auch noch. Die Urne wird mit der Fäulnis gefüllt und stinkt. Gut. Und vielleicht noch mit der roten. Nein, die ist schon voll. Na dann. Ah, Mist. Jetzt brauchen wir hier natürlich wieder... Ja, ja. Hilfe, lass mich ins Menü... Jetzt brauchen wir hier natürlich die Fackel erstmal wieder. Oh, verdrückt. Das Schwert ist ziemlich gut. Hallo, 9 to 9. Wie du mit Alex gerade noch Zombies geköpft hast. Alex hat doch nie Zombies geköpft. Oder meinst du ganz am Anfang die Traumsequenz? Boah, dann hast du voll viel verpasst. Ich glaube, du musst den Stream nachher einfach nachträglich gucken. Das ist zu viel. Na komm, untersuch doch. Warum untersucht er denn nicht? Na gut, nehmen wir erstmal den da. Eine Steintafel. Ein neuer magischer Kodex. Jetzt haben wir die letzte Rune, die wir schon haben, entschlüsselt. Wobei wir eh schon wissen, dass das wahrscheinlich Reparaturen oder Verzaubern oder sowas ist. Item und... Projizieren. Auf Item projizieren können wir jetzt quasi machen. Ich verstehe. Auf dem Tisch liegen Bücher und darauf eine altertümliche Rolle, die offenbar aus Papier besteht. Den Spruch magisches Item erhalten. Da waren wir jetzt eben schon schneller. Jetzt haben wir offiziell den Spruch quasi gelernt, den wir aber eigentlich schon angewandt haben. Trotzdem muss ich den jetzt machen. Ja, ja. Lass mich. Ist schon gut. Danke. Okay. Ähm. Und das Rätsel hier ist ein bisschen komisch. Wir müssen nämlich hier auf diese Platte... Genau. Die muss beschwert werden, damit sich die Tür öffnet. Dafür haben wir unsere stinkenden Gefäße, Gott sei Dank, dabei. Es ist nicht schwer genug. Auch wenn die Urne offensichtlich richtig auf der Druckplattform steht, ist sie nicht schwer genug. Und jetzt sind sie schwer genug. Ich habe gerade gesehen, ich sollte mal speichern. Das ist ein älteres Spiel. Die sind da oft nicht so gnädig, was sowas angeht. Und... Unser Anthony ist schon ziemlich zombifiziert. Wenn ihr im Kapitel vorher aufgepasst habt, dann könntet ihr drauf kommen, wer Anthony ist. Den haben wir nämlich schon mal gesehen. Oh nein, das wollte ich nicht. Aber ist vielleicht die bessere Entscheidung gewesen. Der macht uns so wahnsinnig. Und jetzt sehen auch noch seine Freunde auf. Nimm das! Dem weckt schon wieder ein neuer Kopf. Das ist nicht gut. Der hat uns sehr wahnsinnig gemacht. Wir haben jetzt seinen Schlüssel gefunden. Aber gesund war das nicht. Enter by Harald Selaton. Dieses Item ist magisch. Auf dem Altar für einen Gott, der erkennen lässt, wie einst das alte Böse über die Erde wandelte, noch bevor die Menschen sie bewohnten. So, Anthony wird jetzt nicht nur zum Zombie, er ist auch schon ein bisschen crazy. Für was ist jetzt der Schlüssel, den wir gefunden haben? Keine Ahnung. Bald... Oh, kämpfen uns nicht mehr auseinander von den anderen Zombies hier. Halt, Finalschlag, den machen wir schon. Den können wir brauchen. Ein bisschen mehr geistige Gesundheit. Das Schwert ist ziemlich awesome. Gerade gegen die normalen Zombies. Die können wir halt auf zwei Schläge halbieren. Das ist schon cool. Ich mag das. So, was machen wir jetzt mit dem Schlüssel? Mit dem Schlüssel. Ah, wir sind anscheinend richtig. So, hier haben wir Gegner. Das wissen wir eigentlich noch nicht, aber die haben keine Augen und reagieren auf Geräusche. Die können gefährlich werden, aber wenn man vorsichtig ist... Ups. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie man mit dem umgeht. Vielleicht kann man die gar nicht töten. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht muss man... Ah. Ah. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Die sind nervig. Die teleportieren einen dann nämlich in die... In die Dimension der Trappa. Ja, okay. Die Dimension der Trappa breitet sich in alle Richtungen aus. In ihr kann keine Magie gesprochen werden. Und Menschen sind den sonderbarsten Phänomene ausgesetzt. Das Portal wechselt immer wieder die Farbe. Und nur der Schnelle wird entkommen. Na komm, gib mir einen Mantorock. Der ist bestimmt nett. Okay, ich nehme das Rote. Das dauert mir zu lange. Wir haben hier jetzt im Grunde mit unserer... Mit unserer grünen Magie den Gegenpol zur roten bösen Magie. Äh, der bösen Gottheit. Ein Lebensenergie-Heil-Dings brauchen wir leider nicht unbedingt. Hi, Michi. Ah ja, genau. Zum Besucherraum. Stimmt. Danke, Ruby Commander. Du hast recht. Ich hab's ganz vergessen. Karl, den Großen retten. Ich weiß nicht, ob der so begeistert ist, wenn irgend so ein Zombie mit einem Riesenschwert seine Tür aufmacht. Aber mal schauen. Trubber besitzt keine Augen, dafür aber ein ausgesprochen gutes Gehör. Wenn es Anthony gelingt, sich an ihn vorbeizuschleichen, dürften sie keine Probleme bereiten. Komm her, du! So. Schnell. Psyche tanken. So viel geht hier. Ja, Anthony geht's gar nicht mehr gut. Ich muss noch mal kurz speichern. Nicht Audio. Speichern. Vorsichtshalber. Man kann nie wissen. Hallo. Oh, oh. Aber wirklich, hatten die keinen effektiveren Zauber, um Karl, den Großen zu assassinieren? Warum einer, der so langsam wirkt? Oh, oh. Der Treppenwächter. Der Treppenwächter. Mit dem magischen Schwert gar nicht so schlimm. Das bringt viel Psyche. Puh. Dass die Gegner sich auflösen, hat auch einfach nur mit Speicher zu tun. Mit Arbeitsspeicher. War halt früher eine sehr begrenzte Ressource. Und so rumliegende Gegner verbrauchen da einfach viel davon. Das magische Schwert, wenn ich finische, sagt immer Spaß. Auch beim Zuschlagen. Ah, cool. Anscheinend hat das Spaß. Ich komme. Ich komme. Ich rette dich. Ich bin. Die sind die nervigsten Gegner. Die kommen ab jetzt vor. Die sind so One-Hit-Kill-Gegner. Hallo, Atomi. Wie geht's? Psyche auf Null machen. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Aber es ist auch so... Aha. Aber wird passieren. Wird passieren. So, das Kapitel hätten wir auch. Ich glaube, der Raum ist somit jetzt hier quasi enträtselt. Da müssen wir uns wohl jetzt... anderweitig umsehen. Hier in der Villa. Wir haben doch Schlüssel für diverse Kommoden. Da könnte man doch mal gucken. Ich komm schon. So, was wichtig ist. Alles, was sie in dem Buch liest, was sie in dem Kapitel liest, kann sie auch. Enter by the Selton. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel... Und davon gehe ich aus. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Aber ich gehe davon aus, dass wir irgendwo ein zerbrochenes Etwas finden. Und das können wir dann wahrscheinlich reparieren. Aber wo? Kommodenschlüssel? Oh nein, nicht ganz. An der Wand des Foyer befindet sich eine Art Ahnengalerie. Jedes Porträt wirkt düster. Grüblerische Gesichter hinterlassen beim Betrachter ein unangenehmes Gefühl, dass etwas Dunkles hinter ihm verborgen ist. Klingt nice. Da will man doch wohnen. Warum hat der seine Villa schon bevor irgendwie so okkulte Mächte gekommen sind, so unheimlich gestylt? Ah ja, guckt hier zum Beispiel. Rotes Symbol. Gladius. Ich bräuchte jetzt, glaube ich, die rote Magie. Oder eben die grüne, um das rote Siegel zu brechen. Ich bin mir nicht sicher. Eine hölzerne Platte ist auf der Tür angebracht. Als Ersatz für ein Schlüsselloch. Ein farbiges Symbol befindet sich über dem Schlitz im Holz. Der Schlitz ist gerade groß genug, um ein schmales Schwert hineinzustecken. Ha! Was für ein Zufall. Ich habe ein schmales Schwert. Alex führt das Schwert in den Schlitz. Aber es stößt auf Widerstand. So, als würde das Schwert nicht mit der Magie des Schlosses harmonieren. Nee, dann können wir das noch nicht machen. Das ist vollkommen normal. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Mit dem Klopfeffekt übertreiben Sie es aber auch ein bisschen, oder? Ein Klavier! Ein Klavier! Ein Klavier! Ein Flügel, der auf einen begnadeten Musiker wartet. Leider entsprach Edward nie diesem Bild. Und der Flügel geriet in Vergessenheit. Die Illustration zeigt eine Sammlung seltsamer Zeichen, die zyklisch zueinander angebracht sind. Scheinbar haben sie eine Bedeutung, welche aber auf den ersten Blick nicht erkennbar zu sein scheint. Ha! Wahrscheinlich. Vielleicht ist das die Polizei, die hier ermittelt. Die klopft wahrscheinlich die ganze Zeit gegen die ganzen Türen. Die haben sich wahrscheinlich selber eingesperrt. Die sind so doof, ey. Die Tür ist verschlossen. Oh, guck mal, da läuft Blut über das Bild. Seht ihr's? Yeah! Wir werden ein bisschen crazy. Wo gehören denn jetzt die Schlüssel hin, die wir haben? Es sind... Ich bin jetzt doch alle Türen gegangen. Raus können wir nicht. Da sagt sie nein, erst wenn der Mord geklärt ist. Vorher verlassen wir dieses Anwesen nicht. Das haben wir noch im Inventar. Warte mal. Wir haben den Kommodenschlüssel und den Schlüssel zum oberen Stockwerk. Vielleicht sollte ich mal lesen, was da steht. Der Schlüssel zum ersten Stockwerk ist im Schloss zerbrochen. Vielleicht gibt's ja eine Möglichkeit, ihn zu reparieren. Haaaah. Könnte es sein? Tatsächlich. Und er ist wieder abgebrochen. Nein. Ist er nicht. Oh, ein Pferd. Wie wunderschön. Ähm. Okay. Sieht ein bisschen aus wie Putin, die Büste, oder? Ist das Putin? Hm. Vielleicht. Schön. Schön. Schönes Bild. Alex wundert sich über das Gemälde einer idyllischen Landschaft inmitten anderer Gemälde mit morbiden Themen. Ist dieses Bild das Symbol für die schwache Hoffnung, die von der immer weiter vordringenden Dunkelheit bedrängt wird? Ist das eine Kommode? Eine der Kommoden im Ankleidezimmer hat seltsamerweise kein Schloss. Stattdessen ist ein dreieckiges Muster angebracht, neben dem sich magische Symbole befinden. Ich glaube, die haben wir noch nicht, oder? Wie sah das aus? Zweimal so ein, so ein komisches... Ich glaube, das haben wir schon. Nein. Das haben wir nicht. Dann können wir hier, glaube ich, noch nichts machen. Ich kann mich noch ganz genau an den Schocke erinnern, denn da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen beim ersten Mal. Das hat mich total mitgenommen. Das war total so, wow, what the fuck happened? Es hat ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was ich da gerade gesehen habe. Das war echt unheimlich. Das ist eine Seite aus Maximilian... Wie haben die die Namen gleich nochmal ausgesprochen? Roives, glaube ich. Maximilian Roives Journal. Alles, was einst mein Leben erhellte, ist nun von Finsternis umfangen. Das Licht der Wahrheit. Stütze und stärke mich. Nun werde ich in den Abgrund der Schatten der Lügen geworfen. Mein Leben war ein einziges Lernen, und trotzdem weiß ich nicht mehr wie ein neugeborenes Kind. Ich meine, ich kann ja mal versuchen, den Kommodenschlüssel bei der Kommode ohne Schloss zu benutzen. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, weil der hat... Wo freuen wir den? Die Kommode der Kommode ist nicht mehr. Ich kann aber keine Möglichkeit erkennen, wie sie diese aufschließen soll. Aber der Schlüssel gehört definitiv zu dieser Kommode. Aber ich kenne momentan nur diesen einen Zauber. Soll ich den Schlüssel verzaubern? Ne, geht gar nicht. Ja, ich komme ja schon. Wer muss denn hier so dringend rein? Oh, war der Teppich vorher auch schon so kaputt und eklig? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Kommt er vielleicht noch? Ja, ja, ist er schon gut. Okay, ähm, Kapitel. Das Geschenk der Ewigkeit. Los geht's. Ja, ich bin nicht sicher. Ja, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Nach einem Blut mit den Angelegenheiten werden unsere Träume metamorphosiert in Nachtmärchen. Das stimmt, Fade. Im Grunde muss man nur stark genug hinten drauf schnipsen. Und dann fliegt vorhin. Dann zündet man die Zündladung. Und dann... Ich habe ihn gebeten. Ich habe dich für Jahre gefühlt, aber du ignorierst alle meine Erwartungen. Du dominierst meine Träume, und ich kann nichts anderes denken. Ich schaffe, dass ich dich viele hundertmalen, als du mich möchtest. Meine Leben ist ein Träume, Karim. Für Wochen habe ich eine alte Träume, so precious, dass es die ganze Leben verändert. Es muss mich sein, Karim. Wenn du mich wirklich möchtest, wie du sagst, dann findest du das für mich. Bring dieses Träume zu mir, und ich werde dir sein. Wir werden beide unsere Träume sein. Ich brauche nichts mehr, als du. Du hast mich zu dem Punkt, wo ich nichts anderes denken kann. Ich versuche, wenn ich gehe, dann wirst du mich nicht vergessen. Du musst keine Angst haben. Ich wünsche nichts mehr, als das Träume, das du suchst. Lass jetzt, Karim, und ich werde dich erwarten. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, dass du in der Tat du schlagen musst. Wer ist was? Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Du kannst mich sonst nicht mehr tun. Was aussieht. Und hier sehen wir jetzt als Neuzugang die Statue von Anthony, eingebettet in einen Text, den wir schon mal gelesen haben, The Dome of Darkness. Ich meine, man muss sich das ja so vorstellen, dass quasi das Wissen dieses Dome of Darkness automatisch in die übergeht, die es finden. Und deswegen ist dann auch die Überraschung nicht so groß und der Kampf des Willens sofort da. Und man legt sich sofort mit den Monstern an, weil man weiß ja, in dem Moment, wo man ihnen in die Hand nimmt, alles, was bis jetzt da drin steht. So ungefähr. So interpretiere ich das. Zumindest diese Visionen, die dann immer auftreten. Alexia hatte den ja nicht. Also diese Vision. Au, weg hier. Wenn die einen in die Mangel nehmen, wird's schmerzhaft. Au. So. Achso, das wollte ich gar nicht. Aber gut. Auf einem niedrigen Sockel steht eine Statue, die Waage an einen Menschen erinnert. Mitnehmen? Natürlich. Natürlich. So, Anthony hat übrigens auch Chakrims als Fernkampfwaffe. Können wir auch mal benutzen. Ups. Fernkampfwaffen sind halt meistens eher so, naja. Dafür ist man sicher. Na gut, wenn wir schon in den Nahkampf gehen, dann doch mit unserer Waffe. Au. Stimmt, ich hab das ganz vergessen. Wenn man nicht zielt, kann man auch so eine Schlagkombo machen. Das ist auch gar nicht schlecht. Au. Der ist echt ein bisschen gemein hier. Gehst du weg. Eine neue magische Rune. Die aussieht wie ein Hündchen oder so. Wahrscheinlich heißt sie auch Hündchen und ich kann jetzt Hündchen beschwören. Das wäre ziemlich awesome. So, wir müssen mal unseren Talisman benutzen, glaube ich. Und wir müssen mal unseren Talisman benutzen, glaube ich. Aber das ist, äh, dann müssen wir unter Umständen, wenn wir sterben, nochmal von vorn anfangen. Wenn die Psyche auf null sinkt. Das ist immer gefährlich. Aber ich, ich lass sie mal ein bisschen niedriger sinken. Ja, okay. Machen wir. Hab ich... Das ist doch die Hündchenruhne. Die hab ich doch schon. Ganz genau. Ich mach einfach jetzt mal keine Todesstöße. Dann werden wir eh ziemlich wahnsinnig werden. Noch eine Menschenstatue. Nehmen wir. Ah, das dauert gegen die Wand hauen. Das ist ungesund. Neuer magischer Kodex erhalten. Jetzt können wir mal schauen. Was das für ein neuer Spruch ist, den wir da haben. Ah, nein. Der ist nicht identifiziert. Der Kodex ist für was anderes. Ah, okay. Ich mein, ich kann's ja einfach mal testen. Jetzt lasst uns mal einfach machen. Ähm. Den da. Und projizieren. Nein, da passiert nix. Na gut. So, jetzt stelle ich mal eine menschliche Figur hier rauf. Eine hier rauf. Und auf einen stelle ich mich selber. It's working. Oh, Trapper. Oh Gott, ich hasse euch. Ah, wartet mal. Dafür wurden Fernwaffen erfunden. Ich kann mich wieder erinnern. Ja, so macht man das. Mir fällt gerade ein. Ich könnte eigentlich auch mal. Dann wären die Kämpfe nicht so schwer. Ups, nein. Unser Schwert verzaubern. Was fragst du, Spiel? Was fragst du solche Sachen? Natürlich soll er das. In einer Lache seines eigenen geronnenen Blutes liegt ein Soldat. Er ist das Opfer einer unsichtbaren Schlacht. Vielleicht ist dieser Mann durch die Klauen der Kreaturen an diesem Ort für sich beansprucht, getötet worden. Oder so ähnlich. Aber genau lässt sich das nicht sagen. Ein Mann schwimmt in seinem eigenen Blut. Er ist tot. Ein Talwar hat ihm zahlreiche tiefe Wunden zugefügt, aus denen immer noch Blut austritt. Präzise und kraftvolle Schläge wurden geführt. Die Taten eines Menschen und nicht von einem Monster. Nun ist Karim in der Lage, simultan mit zwei Talwar's zu kämpfen. Hallo, Herr Poet. Cool. Freut mich, dass du wieder hier bist. Dass du mit dabei bist. Ach, die Dinger. Die Dinger, ey. Sind die schlimmsten. So, wir sind jetzt auf der maximalen Wahnsinnsstufe. Ich werde jetzt den Finisher dann auch wieder benutzen ab jetzt, damit wir wenigstens nicht Lebensenergie verlieren und wirklich Probleme kriegen. Oh, shit. Nein. Hau bloß ab. Wie gesagt, One-Hit-Kill-Monster. Wenn man Pech hat. Halten mich viel aus, aber einschlage und man ist tot. Mir geht's gut. Danke, ich hoffe dir auch. Wie war der Urlaub? Wo warst du denn eigentlich gleich nochmal? Ich glaube, du hast es geschrieben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein weiterer Leichnam. Wer waren diese Menschen, die nun auf dem Boden in diesem Verlies verwesen? Unvorsichtige Soldaten zur falschen Zeit am falschen Ort. Grabräuber auf der Suche nach Reichtum. Die gekrümmten Finger des toten Mannes halten eine Schriftrolle. Spruch Erholung. Auf Kreta. Ah, ja, cool. Und wie war's? Die gekrümmten Finger des toten Mannes halten. Das ist cool. Hat's Wetter mitgespielt quasi. Schläft man dann wie bei Pokémon? Wenn man Erholung einsetzt? Ich glaube schon. Dann schläft man eine Runde, aber dafür ist man dann geheilt. Oh, oh. Oh, oh. Ah, nein, Leute. Das sieht nicht gut aus für uns. Verdammt. Ja, es ist einfach blöd. Wenn die Psyche zu tief sinkt, verliert man so schnell so viel Lebensenergie, das ist leider sehr ungesund. Das Leben von Kareem verging in den Fängen der Eternal Darkness. Da niemand nun ihre diabolischen Pläne vereiteln wird, ist die Menschheit im Untergang geweiht. Ende gut. Alles gut. Nintendo. Ja, warum ist denn da nicht gleich ein Neuladenknopf? Muss ich jetzt echt nochmal durchs Hauptmenü um Verschämtheit? Ach ja. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, das ist eines der älteren Spiele. Die sind da nicht so nett, wenn es ums Speichern geht. Das haben wir jetzt davon. Aber jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Da sind wir nullkommanix wieder da, wo wir waren. Und er erinnert mich dran, öfter zu speichern. Immer fleißig speichern. Es gibt halt null Autosave. Das ist halt wirklich das Gemeine. Man kann zwar jederzeit speichern, aber null Autosave. Ja, ich wollte eben die Wahnsinnsanzeige auf null sinken lassen, damit wir ein paar coole Horrorvisionen kriegen. Aber leider bringt einem das halt auch ziemlich um. Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, schade. Ja, mindestens, wenn nicht sogar öfter. Vielleicht lieber alle 15 Minuten oder so. Na gut, guckt aber das Kapitel von Anthony ist jetzt quasi zu Ende. Das haben wir geschafft. Noch ein paar Zombies. Mit Alexa wissen wir auch, wo wir hin müssen jetzt. Der Schlag. Der Schlag gegen die Wand ist irgendwie witzig. Okay. Genau, das ist Gamecube. Die Cutscenes können wir leider nicht überspringen. Die müssen wir uns nochmal anschauen. Was ist ganz schön. Du bist ein Fuhl für, wie du ihn retestiert. Anthony. Ich bin ein Fuhl für den Weg. Das war ein Fuhl für den Weg, wie es der Welt ist. Wie ist das Fuhl für den Weltkrieg. Insofern auf deine Fuhl, dass du wenigstens zu retten. Das ist der Macht von... ... zu Tzern... Wie kommen Zombies in eine Kirche? Ich glaube, die machen die Kirchentür auf und gehen rein, glaube ich. Die Kirche ist doch heilig. Ach so, naja, die echten Götter interessieren sich nicht für irgendwelche menschlichen Götter. Aber die katholische Kirche und die Religion hat nichts mit den vier großen Alten zu tun, die in Wirklichkeit über die Geschicke der Menschheit bestimmen. Wenn, dann hätten die die Kirchen eher mit dem Schutzzeichen von Mantorock versehen müssen und nicht mit irgendwelchen Holzkreuzen. So. Na guck, zu schnell kann es gehen. Halt, stopp, nicht prüfen. Doch, passt schon, ist okay. Oh, ah. Ja, aber Atomi nur, also in dem Spiel nicht, in dem Spiel sind die Zombies quasi nicht mal, die waren nicht mal Menschen, sondern das sind wirklich die, also so wie Mentorock die Menschheit über die Menschheit wacht, wacht der jeweilige Gott über diese Art von Zombies. Ich nenne die halt Zombies, weil sie sehr zombieartig sind, aber die roten Zombies gehören quasi zu unserem Rivalen Gott, den wir gewählt haben und so weiter. Die übernehmen dann die Erde, wenn die Menschheit weg ist. Die wirken für uns nur alle wie irgendwelche Zombies. Hallo, Sorgt. Wie geht's? Wenn man Karim schnell ausspricht, dann klingt das wie Cream. Cream. Und Cream ist Sahne. Und ich hätte jetzt gern Sahne. Oh, so Apfelkuchen mit ganz viel Sahne. Das wär geil. Mir geht's auch gut, danke. Ja, das hab ich vor, Joan, ihr Jonas. Das machen wir auch. Das muss mir immer ein, zweimal passieren, sowas. Und ab jetzt werde ich wahrscheinlich alle 30 Sekunden speichern oder so. So, uh, Gegner tot, speichern! Jesus, wenn ich weggehe, dann werde ich nicht über mich vergessen. Du musst nicht überraschern. Ich will nichts mehr als das Schmuck, das du suchen. Gehe jetzt, Karim. Und ich werde dich erwarten. Du bist... ... mein Gott. Jetzt sind wir nur Zweikämpfe von der Stelle entfernt, wo wir gestorben sind. Speichern. Momentan ist das Speichern nicht sicher. Ah ja, ich verstehe. Dann hauen wir erst den Raum hier kaputt. Der ist ja nicht so schwer. ... 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 Ist das jetzt ne Vision? Ist das echt? Ist wirklich alles weg? Was ist passiert? Ich glaub's nicht, oder? Oder doch? So sitzt man dann immer davor. Halt! Stopp! Nicht hauen! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das ist eine Frage. Das ist die Frage. Also, der? Ist das? Ist das nicht ein Problem? Der? Jetzt kann ich endlich noch den hier machen. Das habe ich wieder ganz vergessen. Hier haben wir alles, oder? Ja. Oder Schlaf. Ich habe vorher noch gesagt, ich sage immer Spaß, die Stimmen. Vielleicht sagen die auch Schlaf. Wahrscheinlich sagen die irgendwie ganz was anderes. Aber es klingt komisch. Ich gucke nur gerade, weil die Tür ist gerade aufgegangen. Und ich sehe keine Katze. Also vermutlich Geister. Kleine Trapper. Wenn ich mich jetzt gleich auflöse und in einer anderen Dimension bin, dann wisst ihr, was los ist. Hilfe. Hilfe. Schnell. Die hauen sich gegenseitig kaputt. Dann kann ich die ein bisschen von hinten hauen. Mit dem Kleinen wächst wieder neue Kopf. Beeilung. Okay. Ja, ist auch okay. Können wir auch nehmen. Ich wollte die eigentlich finishen, aber die Statue brauchen wir ja auch. So ist es nicht. Ja, aber das ist eben ganz normal. Das geht wirklich, glaube ich, wirklich jedem Menschen im Universum so. Wenn der seine Stimme zum ersten Mal oder selten, was heißt zum ersten Mal, aber nur selten aufgenommen wird, findet er die einfach furchtbar, weil sie sich einfach ganz stark von der Kopfstimme unterscheidet, die man sein ganzes Leben lang gewöhnt ist. Okay, ganz cool bleiben. Gehst du weg? Das macht die anderen natürlich nervös, aber nicht nervös genug. Ich finde es auch schade, wenn mich die Dunkelheit holen würde. Ich hoffe, die machen das nicht. Die Herr Dunkelheiten. Okay. Ah, wartet mal kurz. Da steht die Jahreszahl. Ich habe mich nämlich gerade gefragt. 565 nach Christus. Das ist also chronologisch weit nach Pius. Ja, wie gesagt, man gewöhnt sich da aber relativ schnell dran. Daran, dass sich alles komisch anhört. So, danke fürs Folgen. Das freut mich. So, nehmen wir noch unser zweites Schwert. Wisst ihr was? Was hindert uns dran, einfach durch die Tür zu gehen? Ich glaube nix. Ich glaube nix. Irgendwie treff ich den nicht, wenn er am Boden liegt. Da liegen bleiben. Nein, hör doch auf. Finish den. Gut. Ich meine, guckt euch schon wieder unsere Psyche an, ey. Der Raum ist echt gemein. Und jetzt müssen wir noch zu dem Kerl, der wirklich wahnsinnig macht. Ah, schlimm. Aber wir können jetzt hier einfach speichern und dann ist alles gut. Für immer. Für immer. Und jetzt werden wir erstmal zerhackstückelt. Hallo, zu Altführer. Wie geht's? Cool, dass du hier bist. Hä? Verstehe ich nicht, was du schreibst, Sorg.de. Ach, Sorg.de. Ich verstehe, dass man das trennt. Jetzt verstehe ich's. Sorg, also einfach nur. Gut. Okay, jetzt komm da. Der Miniboss, der große Dicke, der uns letztens kaputt gemacht hat. Der hat einfach so an unserer Psyche gezerrt, weil wenn die leer ist, dann geht psychischer Schaden direkt auf die Lebensenergie. Dass der nur durch seinen Blick unsere Lebensenergie geleert hat, wie sonst noch was. Leer gesaugt. Jetzt gehen wir mit ein bisschen mehr Psyche rein. Dann ist die nicht gleich von Anfang an ganz leer. Weil das ist die Spezialität der Grünen. Die gehen auf Psyche. Achso. Drei Köpfe und ein Arm. Dann sind die weg. Steintafel. Neuer Kodex erhalten. So, und jetzt passt auf. Ja, jetzt haben wir einen ziemlich wichtigen Zauber gelernt. Also den Zauber an sich noch nicht, aber wir können den jetzt schon machen. Neuer Spruch. Äh, selbst. Und das da. Das ist Erholung. Achso, doch, den kannten wir sogar schon. Na dann. So, dann können wir jetzt nämlich zumindest schon mal jederzeit unsere Psyche heilen. Oder wir explodieren. Was natürlich nicht wirklich passiert ist. Aber sowas kommt vor. Geistige Gesundheit wiederhergestellt. Zumindest teilweise. Oh, ein Trapart. Oh. Ups. Falsch. Nein, Hilfe. Okay. 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 Man könnte auch meinen, das heißt österreichische Umi oder sowas. Könnte man auch so lesen. Mein lieferer Alex, ich werde immer auf deiner Seite sein. Es gibt Zeiten, wenn die Insanität aufhört und nichts sieht richtig. Während dieser Zeiten werde ich dir helfen. Verstehe nicht, denn ich werde die Schmerzen weghalten. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum manche das können und manche nicht. Das muss irgendwie an Twitch liegen oder irgendwas, das ich nicht verstehe. Also offensichtlich, was das ich nicht verstehe, aber... Ja, keine Ahnung. Speichern! Neue Steintafel. Hallo, Thomsen! Ah, hier hat Pius... Heißt er Pius? Ich glaube schon, oder? Die Steinwürfel eingesetzt. Damals war hier aber noch kein Schwert. Ein großes Schwert, ein Ramdau, steckt mitten in einem aus soliden Stein gemeißelten Podest. Es erwartet seinen nächsten Besitzer. Soll Karim versuchen, das Schwert aus dem Stein zu ziehen? Ja, weil dann wird er König von England. Das ist mein Schwert. Das ist mein Schwert. Nach. Jetzt noch so viele wegstümpeln wie möglich. Okay. Das war leicht. Oh, nächste Runde. Ich verstehe. Boah, was ist das für mein Gott, ist das laut. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Was ist das? Ich bin in Salzburg studiert. Ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Österreich gewohnt. Oh nein. Ich hasse die Dinger. Verdammt. Oh oh. Oh oh. Nein, nein, nein. Nicht. Nein, wir sind Game Over, glaube ich. Wir sind Game Over. Nein, sind wir nicht. Okay. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Er trifft ihn nicht. Hau wild durch die Gegend. Oh Gott sei Dank. Wild durch die Gegend hauen. Hat uns gerettet. Die Zielzuslagung war zu hoch, aber wild durch die Gegend hauen war die Rettung. Puh. Okay. Und jetzt passt auf. Jetzt brauchen wir unser Magiebuch. Wir brauchen einen neuen Spruch. Nein, eigentlich stimmt gar nicht. Wir brauchen Erholung. Mit Rot. Jetzt können wir auch unsere Lebensenergie heilen. Solange wir genug Mana haben, natürlich. Ja, ich finde auch, dass Crossplay mit der PS4 echt wichtig wäre. Weil sonst zum Beispiel hier jetzt bei Lensquid-Birdrider-Community-Dingens die Community total gespalten ist. Und das können nicht alle zusammenspielen. Und auf welchem System spiele ich? Ich habe mich noch nicht entschieden, ob PC oder PS4. Weil ich kann immer nur mit einem Teil der Community dann spielen. Egal für was ich mich entscheide. Und das ist echt doof. Und jetzt? Jetzt haben wir ein ziemlich cooles Schwert. Und einen Heiltauber. Ich glaube, wir müssen jetzt wieder zurück oder so. Aber warum? Ah, ich weiß warum. Ja, ja, ich kann mich erinnern. Wegen der Tür hier. So, jetzt passt auf. Dann brauchen wir jetzt... Dann brauchen wir jetzt eine kleine Schloss für einen Schloss. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Achso, warte, muss ich das jetzt benutzen? Ja, genau. Oh oh, nicht essen. Nicht aufessen. Ich schmecke überhaupt nicht gut. Ich verspreche es dir. Ich schmecke ganz ekelhaft. Wahrscheinlich wirklich. Keine Ahnung, ich habe mich noch nicht probiert. So, speichern. Ups, guckt wie ich gesagt habe. Das passiert mir einmal. So was, so ein Fortschrittsverlust. Und dann speichere ich wegen jedem Pups. Hat irgendjemand Kani gesagt. Ich speichere lieber mal. Oh, Trapper, 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 Trapper Keeper. Mist. Waren das alle? Ich glaube schon. Dann ist es gut. Und da ist irgendeine komische rote Statue. Ein rubinendes Bildnis steht auf dem Sockel in der Mitte des Raumes. Nehmen wir mal. Was mache ich jetzt damit wieder? Keine Ahnung, ey. Wo gehört denn das hin? Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass irgendwo ein Podest für ein rubinendes Statuen Ding war. Hm. Zu gemauert. Könnt ihr euch da an irgendwas erinnern? Irgendein Podest? Oh, dich habe ich ganz vergessen. Verdammt doch mal. Nein, Hilfe. Er hat mich in der Mangel. Hahaha. Man darf wirklich nicht zielen mit dem Schwert bei den kleinen Gegnern. Wir können hochfahren. Vielleicht sollten wir dann hochfahren auch. Ich habe keine Ahnung. Hm. Was wohl passiert, wenn ich es hier benutze? Nein, kann nicht benutzt werden. Ich glaube, ich bin falsch, oder? Ich weiß nicht recht. Ich finde es komisch hier. Ich kenne mich hier nicht aus. Oh, eine Fackel. Die hätte ich mal mitnehmen können, oder? Naja. Hier vielleicht hinstellen? Ne, ne. Aber da habe ich ja die beiden gefunden. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen woanders hin. Aber ich weiß echt nicht, wo. Aber irgendwo bestimmt. Schade, dass der Zakurak heute nicht hier ist. Weil der, weiß ich, mochte das Spiel auch sehr gerne damals. Das wäre sein Stream jetzt gerade. Ah, schade zu alt für. Mach's gut. Bis bald. War hier vielleicht irgendwas drin? Hm. Nicht wirklich, oder? Keine Ahnung. Hier auch nicht wirklich. Dann gehe ich nochmal dahin, wo wir das gefunden haben ursprünglich. Hey, der kleine Kater ist hier. Am erkunden. So. So. Habt ihr schon das Spielsystem euch angeguckt von Fallout 76? Da werde ich jetzt, glaube ich, dieses Wochenende mal noch ein Video dazu machen. Da bin ich ja auch nicht gerade so begeistert davon. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das gefällt mir persönlich mal so gar nicht. Aber naja. Ist halt eben mal ein Multiplayer-Spiel. Das ist halt eben anders als beim Singleplayer. Leute, ich weiß nicht, wo wir mit dieser blöden roten Statue hin sollen. Das Spiel gibt einem auch keine Tipps. Ich meine, so groß ist die Map nicht. Aber ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Soll ich die mal untersuchen? Das wäre vielleicht mal eine Idee. Eine kleine Statue eines besiegten Kriegers, der respektvoll vor einem unsichtbaren Sieger kniet. Aus tiefrotem Rubin gefertigt. Hilft mir jetzt auch nicht gerade viel. Soll ich das mal mit roter Magie verzaubern? Vielleicht passiert dann was. Nein, kann nicht verzaubert werden. Ich gehe jetzt doch nochmal ganz zurück zum Anfang. Drei Katzen haben wir jetzt neuerdings. Seit drei Tagen. Davor waren es zwei. Wie bin ich denn hier reingekommen? In den Raum hier. Es gab doch auch einen Weg hier rein wahrscheinlich. Hier vielleicht? Habe ich mir gedacht. Was mache ich mit dem roten, knienden Krieger? Besiegt wurde er. Ist irgendwo eine Statue von einem triumphierenden Gegner oder so. Hm. Schade. Mach's gut, Rubik Commander. Ciao. Hoffentlich bis bald. Ich schaue mir jetzt mal genau um. Überall. Fidi bumm. Ähm. Die Tür ist sicher zugemauert. Da geht nix, oder? Ich kann die auch nicht mit ner Fackel verbrennen oder so. Ne. Okay. Warum ist Steam doof? Ich find Steam eigentlich ganz cool. Ganz praktisch. Ich war am Anfang skeptisch. Ich war am Anfang skeptisch und bin erst... Moment mal. Nein, oder? Oh. Die Decke ist auf der... Wer soll denn das ahnen? Die Decke ist auf der Länge des Flurs in sich zusammengebrochen. Trümmer liegen auf dem Boden verteilt. Soll Karim den Schutt überklettern. Überqueren. Ja. Oh. Holy potato. Nein, ich komm mich dazu, den zu hauen. So krass, ey. Oh. Dreifacher Gesichtsabschneider. Habt ihr das gesehen? Das war cool. Die sind so heftig. Oh. Jetzt macht irgendwer den Sound leiser. Na toll. Die Katze sitzt auf der Fernbedienung oder so. Mach's gut. Ciao. Sorg. 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 Das sieht so aus, als würde da der Dome of Darkness hingehören, oder? Sie ist zickig, was Family Share angeht. Ah, das ist nervig. Das, das kenne ich, ja. Ähm. Eine blasphemische Skulptur aus menschlicher Haut und menschlichen Knochen innerhalb eines Altars sind Knochen zu einem Lesepult angeordnet, das auf eine bestimmte, das auf eine Bestimmung, auf eine Bestimmung wartet. Ich hab eine Bestimmung. Bitteschön. Oder. Ja. Ich hab eine Bestimmung. So, da kommt bestimmt gleich der nächste Schwallgegner. Ha! Au, ich darf das nicht berühren. Das Kraftfeld. Nein, Hilfe! In der Animation gefangen. Doppeltreffer abbekommen. Ja, komm, haltieren. Genau, ihr halt doch mal gegenseitig. Oh nein, da kommt so ein Wurm raus. Wurm ist gut. Wurm ist hier ziemlich die schlechteste Beschreibung für das Ding ever. Oh nein, ey, ohne Witz. Jetzt kommt noch so ein dicker. Als ob's nicht schon genug wär. Na super. Na super. Das Schwert ist ziemlich awesome. Was denn? Antivirenprogramm hat sich gerade gemeldet. Verdammt. Verdammt. Du hast meinen gestrittenen Virus gefunden. Und da Pius den roten Gott beschworen hat, der die Menschheit vernichten will, müssen wir jetzt den grünen Gott holen, weil der neutralisiert den anderen. Die Darstellung einer Art gefallenen Engels aus dunkelgrünem Smaragd geschnitzt, schwebt schwerelos über dem Sockel. Soll Karim das Artefakt an sich nehmen? Karim. Wir werden uns immer zusammen sein. Chandra? Was... Was... Was ist mit dir passiert? Dinge verändern, mein liebster Karim. Aber obwohl mein Körper ist verabschiedet, ich erwarte dir. Wer hat das mit dir gemacht? Du bist so lange weggegangen. Ich... Ich habe mich an eine Frau mit einer kreisenden Frau. Sie hat mich aus meiner Bettung. Und in cruel Revenge, mit Knives. Als die letzten Blades wurden durch meine Körper geflogen, und meine Blut spüren auf dem Boden, sie schweigte, dass ich nur mit einer anderen in der Todesfälle wäre. So viel für mich nur denken. Ich sollte niemals aufhören. Ich habe gesehen meine Folle, und habe bereits bezahlt. Ich sehe so viel mehr jetzt in der Todesfälle. Ich weiß die Wahrheit des Artefaktes, welches ich Sie finden, und es ist nicht für uns zu haben. Wenn wir wieder zusammen sind, müssen Sie ein Sacrifice machen. Nur wenn das complete ist, werden wir zusammen sein. Sacrifice? Warum sollte ich alles für Sie tun? Sie schweigte mir. Sie schweigte mir. Sie schweigte mir. Und Sie sind wirklich nicht so gut. Sie müssen vergessen, das Vergangenheit. Insofern Sie, wie Sie jetzt sind, Sie werden auch etwas mehr geworden. Wie ich habe. Aber das Sacrifice muss man sich gemacht haben. Wir müssen bleiben hier und schweigte das Artefakt. Schweres Dinge kommen, um es zu sagen, und Sie müssen stark sein, um es zu behaupten. Nein, ohne Ihren Sacrifice, wird der Welt in der Vergangenheit fallen in der Vergangenheit. Die Dinge, die ich für Liebe mache. Laserkiss. Oder so. So, wieder ein Kapitel gelesen. Fortsetzung folgt. Die Schlacht wurde siegreich geschlagen. Der Krieg der Finsternis geht weiter. In Eternal Darkness Teil 2. Das ist eine komische Vision, oder? Ich meine, für uns ist das witzig, aber dass Sie die Vision hat und sagt, Moment, das kann nicht wahr sein. Nein, das kann auch wirklich. Was ist denn das für eine komische Horrorvision, die sie da hat? Ha. Stell dir mal vor, ihr lest ein Buch und habt eine Horrorvision davon, wie das Buch zu Ende ist. Und erst im zweiten Teil geht es weiter. Katzen randalieren. Okay, jetzt wissen wir aber auch schon, im Grunde, wo die nächste Kapitelseite ist. Das war ziemlich offensichtlich. Also, weil wir es halt beim letzten Mal schon zufällig gefunden haben. Oh. Ähm, ja bitte. Hallo? Erinnern Sie mich, Alex. Das ist nicht wirklich passiert. Oder doch. Wer weiß. Ähm, magisches Item in rot auf Schwert. Entschuldigen Sie mich, Alex. Ich hoffe, Sie haben uns geholfen. Ich hoffe, Sie haben uns geholfen. Warum ein Spiel einmal verkaufen, wenn ich es dreimal verkaufen kann? Ha, 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 ha. Da tropft Blut von der Decke. Nice. Unter den Vorräten in der Speisekammer befindet sich ein Gewürzglas, in dem ein Blatt Papier steckt. Alex nimmt das Gewürzglas. Ein ziemlich spicy piece of paper, das wir da drin haben. In einem festverschlossenen Gewürzglas, aus dem Glas strömt das schwache, verführerische Aroma arabischer Gewürze. Im Inneren befindet sich ein Stück Papier. Glas öffnen. Ja. Eine neue Kapitel. Das lauernde Grauen. Das Nyland ist dein Geschäft. Test, Test, Test. Testi Test test. Darauf habe ich leider keine Antwort. Ha ha ha. Neue Vorrschade. Test erfolgreich. Das nächste Jahrzehnte wird wirklich in eine neue Wege gefordert. Deine Gäste, jetzt vorbereiten Sie das Garten! Ich muss kurz Toilettenpause machen und dann spielen wir noch mal weiter. Bis 10 geht es regulär und wie immer die Regel, wenn 50 Euro während eines Streams zusammenkommen, gibt es jeweils immer eine Stunde länger. Okay, bis gleich!